Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Achtelnoten. Und diese spannenden Achtelnoten kann man folgendermaßen zählen. Eins und zwei und drei und vier und das machen wir jetzt gemeinsam. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Jetzt klatschen wir die Achteln. Ich zeige es einmal. Eins und zwei und drei und vier und. Macht ihr mit? Ja. Dann eins und zwei und drei und vier und. Eins und zwei und drei und vier und. Jetzt können wir es auch mit den Füßen machen. Fangen wir an. Und eins und zwei und drei und vier und. Eins und zwei und drei und vier und. Na wunderbar. Dann gleich mit Musik. Alle zusammen. Eins und zwei und drei und vier und. Eins und zwei und drei und vier und. Und eins und zwei und drei und vier und. Eins und zwei und drei und vier und. Ja, dann können wir doch Hände und Füße gleichzeitig machen. Überraschung! Achtung, 1 und 2 und 3 und 4 und 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 gleichzeitig ist er schon mal ziemlich gut, aber wie sieht es mit abwechselnd aus? Ich probiere das jetzt mal. Okay, 1 und 2 und 3 und 4 und gemeinsam? 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und Das war ja immer noch nicht so schwer. Okay, also habe ich folgendes noch im Angebot. 1 und 2 und 3 und 4 und Das schaffen wir ganz sicher. 1 und 2 und 3 und 4 und Füße, Schenkel, Bauch und Füße, Schenkel, Bauch und Füße, Schenkel, Bauch und Füße, Schenkel, Bauch und Jetzt können wir aber auch wieder zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 und Hände. Oder? Dann machen wir das doch. Gleich mit Musik und Füße, Schenkel, auf und Hände, Füße, Schenkel, auf und Hände, Füße, Schenkel, auf und Hände. Das war ja leicht. Jetzt machen wir es noch mit Zähnen. Okay? Ja. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 4 und 3 und 4 und... Also mir hat es Spaß gemacht. Und euch? Ja, klar. Ja, na klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020